Paper! Polizei! Hier schon da! Was machen Sie in meinem Büro? Die Globus haben noch Angst. War er nicht. War er doch. War er nicht. War er doch. Nein. Doch. Lustig? Ja. Zwei Bizarre. Schön. Bist du heute ein bisschen durch den Zügel? Na, ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag im Bad an der frischen Luft. Ja, war schön. Am 25. Dezember. Das Weihnachten? Ja. Was dem einen sein Ohl, ist dem anderen sein Lymphensittich. Nachtigall. Ich bin ja damit für Ruhestörung, wer dir nicht zuständig. Mhm. Totale Gegenpole. Tote gewesen. Tränen? Ich ja egal. Wetter 14 für 14,21 komm. Hier läuft ein Huhn frei auf der Straße. Korrigiere. Zwei. Ich habe das Gefühl, Sie nehmen die Sache nicht ernst. Doch. Oh. Passt das? Nimmt dir denn überhaupt jemand ernst in so normalen Klamotten? Ausgerechnet am Weltkatzentag. Ist ja heute. Sag mal, guckst du nie in den Eventkalender? Wenn Jungheit Musik wäre, dann hättest du ein eigenes Musical. Ich möchte es auch. Sie können sich sicher vorstellen, warum die Zahl vier diese Woche für uns alle von besonderer Bedeutung ist. In vier Tagen hat Tolles einen 50. Gott. Ja. Peter 14. Peter 14,2 hört. Haben Sie vielleicht Verwendung für was? Die Schlangen werden nicht weniger tödlich, wenn du mir alles nachzappelst. Musste ich. Ich liebe einfach Schokolüsse. Nein! Nein! Neuundreiseinhalb. Ist doch korrekt. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Da ist eine Spannung zwischen euch. Ja, was? Ja, das stimmt. Das ist mir vorhin im Auto auch schon aufgefallen. Wir müssen auf das Dreieck drücken. Ihnen alles klar? Jetzt, ja. Kirsch Käsekuchen mit Schokostreusein und Mandeln. Das ist Klopapier, Alex. Ich pass auf, dass es immer warm genug hat und die Augen vor direkten Sonnenlicht schützt. Du kannst deine Sachen bei uns nicht lagern. Warte mal. Glaubst du auch, ich kann meinen Job nicht, ja? Ich bin dran mit Fahnen. Kann ich die Zweige kurz zwischenlagern? Dann stehen die Tische wieder, wo sie ordnungsgemäß stehen sollen, ja? Wie gehen die neuen Dinger hier? Ach so, ich hab's, ja. Danke. Schnüffeln Sie hierher ruf, Mann. Komische Truppe.